Willkommen zu einer neuen Folge, wir arbeiten immer noch an der Kirche. Erstmal ziehen wir jetzt hier einen Boden rein. Oh Gott, schon wieder alles voll hier. Gänze Inventor. 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 Und bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich noch ein bisschen Wolle loswerden. Haben wir noch Holz dabei? Ne, ne? Also, weg damit. So, wie viel ist das? 22. Wir hatten ja doch noch Holz dabei, ja. Ich bin so doof. Erde weg, Erde weg. So, dann setzen wir nämlich noch ein paar Betten rein. Bringt zwar jetzt auch nicht so viel, weil wir ein Stück Wolle noch üblich behalten haben, aber egal. Ich bin so doof. Noch, das war schon. Oh, die Sonder geht ja schon wieder unter. Das gibt es doch gar nicht. Dann mal ab ins Bettchen. Das ist jetzt schon gespawnt, ja. Meine Fresse. Wie, wie das denn? Hier war doch noch nie was. Okay. Das macht mir ein wenig Angst. Nicht, dass hier ein Creeper mal jedes Nachts einfach spawnt. Das wäre uncool. So, die schwarze Echentür. Ist, glaube ich, am besten. Ist, glaube ich, am besten. Oh, hier haben wir auch noch Kohle. Sehr gut. Dann holen wir uns die Mögel. Da unten ist auch noch was. Hatten wir das damals alles nicht gesehen, oder was? ически möhnen wir uns mitnehmen. So, das geht's 就 serious. So, jetzt öffnet into das sehen. Und, wor 있으면 millimeter. Okay, deliberate. Schön, die думlauille. ok da ist auch noch was merken wir uns für später gibt es doch gar nicht so viel kohle so eigentlich hätten wir jetzt noch ein paar sitzbänke mitnehmen müssen hm 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 und jetzt wird die spitzhacke nicht mehr ausrechnen war klar klang 69 mehr haben wir nicht das ist wenig gut aus welchem holz machen wir denn die sitzbänke ich denke ein dunkles holz eignet sich da wieder vielleicht wieder fichten holz da müssten wir aber sogar noch ja das nehmen wir müssen wir denken noch üblich haben von stein bitte dunkel erstmal noch eine spitzhacke wo könnten die wesen sein da fichtenholz dinger gut und 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 auch und 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 Rupen. Ich hätte gar nicht so viele Wolle mitnehmen brauchen. Shit. Wie viele Reihen haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Theoretisch könnte man das auch noch weiter nach hinten ziehen hier. Die Reihenfolge könnte man das auch noch weiter nach hinten ziehen. Ach man. So, dann holen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen Fichtenholz, damit wir noch ein paar Treppenbauen. Zum Glück hatten wir noch welche angepflanzt, haben wir mal mitgedacht. Okay. 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 hey von wo fehlt in der so jetzt müssen wir noch wie sie mit haben ist irgendwo noch ein block den witz nicht erwischt haben da ist auf jeden fall glaube ich noch okay die sonder geht gleich schon wieder unter packen wir noch schnell die erde aus und dann gibt es jetzt mal wieder in folgen häuschen bedanke mich bis dann